Fuck, er macht Outro. Wenn man nach 15 Minuten Sprachnachricht hemmen, muss ich logischerweise Outro waschen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh. Digga, Dustin, ich kann nicht mehr. Okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Kann man das abspielen? Willst du das echt zeigen? Jaja, das ist gar nicht schlimm. Bist du sicher? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Okay. Ich mach laut, oder hör ich das über Discord? Das war meine kleine Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Erwähnung da und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich bin jetzt echt... So gut, Alter. Ich hab die Kommentare, wie ihr es fandet.